Lieber Erwin, du hattest diese großartige Idee und hast mich hierher gelockt und ich bereue es in keiner Art und Weise, weil wir laufen in einer Toskana-Landschaft. Wir laufen in einem super Sommerwetter. Wir haben um uns herum Grün, Wälder und ab und zu noch eine Brauerei. Insgesamt haben wir 13 Verpflegungsstationen und die haben so schöne Namen wie Regnitzalm und wie Brauerei Hönig und wir haben also hier ein Paradies für Marathonläufer, eine der schönsten Läufe, die ich bisher erlebt habe und du bist dran schuld, Erwin. Und das sagt Uli Etzroth, der Veranstalter des schönen Vollmond Berlin Marathons, wo ich neulich war. Also Jungs und Mädels, da habt ihr eine absolute Expertise. Der Lauf ist genial. Ja, und nächstes Jahr am 15.